hallo meine lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen video auf meinem youtube-kanal ja was ist denn mit unseren temperaturen los mein lieber herr gesangsverein die frage stellen sich wahrscheinlich viele menschen von euch da draußen wir haben einmal über 30 grad dann haben wir wieder nur 20 grad dann haben wir wieder 25 grad und da fragt man sich auch kann sich das wetter eigentlich nicht mal entscheiden nein leute so ist es nicht wir haben ja momentan die weit umstrittenen klimafragen die unbedingt beantwortet werden müssen und ich wollte euch heute in diesem video einmal sagen wieso weshalb warum die temperaturen momentan so schwanken wir bekommen ja momentan aus dem süden europas also sagen wir mal südwesten europas aus spanien immer ziemlich heiße luft und ja viele fragen sich da ja wann werde es dann wird es dann mal endlich wieder kühler also ich habe mich sage ich jetzt mal auch gefreut die letzten tage wo es wirklich schön angenehm warm war also wir hatten hier temperaturen gab von 28 29 grad aber die unangenehmen temperaturen die dann kommt also die wirklich schon unangenehm für viele menschen sind viele sagen natürlich auch sommer und alles gut ja also wir haben dann temperaturen 33 34 35 grad und da verbreiten die medien dann auch immer so eine panik und auch die wetterkarten die sich geändert haben früher wurde das alles im dunkelgrünen bereich und sowas alles angezeigt auf den wetterkarten und heute sieht man da richtig dunkelrote temperaturen und es sieht richtig gefährlich aus also wärme wird natürlich in einem warmen rot immer dargestellt also das hat sich inzwischen auch so eingegliedert dass halt je wärmer es ist umso dunkelrote dunkelroter wird es natürlich ganz heiße temperaturen werden dann halt im lila ton angezeigt aber rot sieht natürlich dann schon richtig bedrohlich aus aber leute ich kann euch beruhigen wir haben sommer und wir haben nun mal jetzt so temperaturen wir werden uns daran gewöhnen müssen und nichtsdestotrotz man muss sich einmal bedenken temperaturen schwanken wirklich sehr stark also jetzt momentan die temperaturschwankungen sind dafür verantwortlich weil wir immer aus dem nord nordwesten kommen halt immer tiefdruck gebiete und die drücken dann die heißeren luftmassen dann auf seite und dann wird es natürlich dann kühler und an den luftgrenzen gibt es dann also an den temperaturgrenzen gibt es dann halt auch schon mal extreme gewitter die dann entstehen können unwetter aber das ist dann auch normal und die meisten unwetter die finden natürlich dann auch erst abends statt da haben mich auch einige nachgefragt warum die meisten gewitter meistens abends das hängt natürlich mit der sonne zusammen also die die sonne geht unter und wenn sie dann hinten am horizont hängt dann quellen die wolken nach oben ja also tagsüber wenn die sonne wirklich schon fast senkrecht am himmel steht dann werden die wolken da haben die wolken dann halt auch durch die wärmeren temperaturen und so halt nicht so die möglichkeit nach oben aufzusteigen und dann gibt es natürlich auch nicht so die möglichkeit hat dass sich ein gewitter bilden kann es können natürlich mal vereinzelten gewitter kleinere auftreten aber wir reden ja hier auch von stärkeren unwettern die an diesen grenzen entstehen können das passiert natürlich meistens dann erst in den abendstunden wenn die temperaturen dann etwas kühler werden und die sonne hinten am horizont hängt dass die wolken dann quasi die möglichkeit haben nach oben aufzusteigen und ja und deswegen trifft das halt meistens erst abends zu so und die temperaturschwankungen die wir haben die habe ich euch ja eben schon beantwortet das liegt halt wirklich nur zum größten teils daran weil halt immer die wärmere luft kommt und dann aus dem nordwesten nord nordwesten oben kommen dann halt tiefdruckgebiete die dann halt die temperaturen weg drücken also die höheren temperaturen und das findet momentan halt häufiger statt so und wie gesagt ihr braucht euch da auf jeden fall keine sorgen machen auch was unsere temperaturen anbetrifft es sind für einige menschen wirklich unangenehme temperaturen für die meisten aber dann natürlich auch nicht und wie gesagt in meinen vorherigen videos auch schon mal immer genug trinken am besten drinnen bleiben wenn es zu warm wird und dann seid ihr da auf der sicheren seite so und ich hoffe mal dass ich euch die fragen jetzt hier in dem video beantworten konnte und macht es auf jeden fall gut ich bin raus an der stelle euer patrick von lido produktion auf wiedersehen